Dürfen wir vorstellen, Heinrich der 13., Prinz Reus aus Frankfurt. Hochachtung nicht nötig, der Blaubütige ist wohl Anführer einer Terrorgruppe. Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen. Deshalb der Präventivschlag heute Morgen. Eine bundesweite Großrazzia bei den mutmaßlichen Mitgliedern des rechten Reichsbürgernetzwerks. Militante Reichsbürger verbindet der Hass auf die Demokratie, auf unseren Staat und auf Menschen, die für unser Gemeinwesen eintreten. Diese Gruppierung, was man bisher hört und liest, hat eine andere Qualität. Dadurch, dass Ex-Angehörige vom Militär, auch von Spezialeinheiten involviert sind, Welchen Plan die Gruppe um den mutmaßlichen Terrorprinzen hatte, erfahrt ihr bei das Thema euren exklusiven YouTube-News aus Hessen. Außerdem klären wir, warum die Reichsbürger so gefährlich sind. Jeder kennt Leute, die an Verschwörungsideologien glauben. Die Gefahr ist, dass die Leute immer tiefer reinrutschen. Doch starten wir mit dem aktuellen Fall. Heinrich, der 13. Prinz Reus, stammt aus einem Adelsgeschlecht aus Thüringen. Mit seinen Reichsbürgerüberzeugungen ist er schon häufiger aufgefallen. Deutschland wird, weil es kein Friedensabkommen gibt, bis zu diesem Tag von den alliierten Kräften des Zweiten Weltkrieges kontrolliert. Der Bundesstaatsanwalt wirft ihm vor, seit November 2021 an einem Staatsstreich zu arbeiten. Mit von der Partie ist wohl unter anderem die Berliner Richterin und ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkelmann. Erschreckend, auch Angehörige von der Bundeswehr sollen dabei sein. Insgesamt gibt es 52 Beschuldigte. 3000 Beamte waren heute bei der Razzia im Einsatz und 25 Personen wurden festgenommen. Die Festgenommenen hängen Verschwörungsmythen an, bestehend aus verschiedenen Narrativen der Reichsbürgerideologie sowie der QN-Ideologie. Der Plan war wohl ein Putsch, ausgeheckt vom sogenannten Rat, dem Entscheidungsgremium des Netzwerkes. Mithilfe eines sogenannten militärischen Arms wollten sie aus Deutschland eine Monarchie machen. Hätten dafür wohl auch Tote in Kauf genommen. Dieser militärische Arm soll eine neue deutsche Armee aufbauen und bestehend aus noch neu zu gründenden Heimatschutzkompanien. Einzelne Mitglieder dieses militärischen Armes waren nach unserer Erkenntnis in der Vergangenheit auch aktiv in der Bundeswehr. Oliver Gottwald beschäftigt sich schon lange mit der Reichsbürgerszene. Er warnt vor den Sonderlingen und ist froh, dass Verfassungsschutz und Generalbundesanwaltschaft schnell gehandelt haben. Die Gefahr von links wird ganz gerne aufgebrauscht und die von rechts wird klein gemacht und übersehen. Es war so die Tendenz, das sind ja alles besorgte Bürger, während gleichzeitig Klimaaktivisten zur neuen RAF hochstilisiert werden. Da ist so ein bisschen das Bild verschoben. Gut zu wissen, es gibt viele unterschiedliche Reichsbürgergruppen. 2020 versuchten etwa Corona-Protestler und Reichsbürger den Bundestag zu stürmen. Einige sind extrem gewaltbereit, horten Waffen. 2016 erschoss sogar ein Mann in Bayern, einen Polizisten und verletzte drei weitere. Skurril, aber gar nicht lustig wirkt Birkhard B., selbsternannter Druide aus Hessen. Er fällt vor allem mit antisemitischen und antimuslimischen Sprüchen auf. 21.000 Menschen zählt der Verfassungsschutz zu den Reichsbürgern. Gemeinsam ist ihnen alle lehnen den deutschen Staat und seine Gesetze ab. Jede Verschwörungsideologie hat die Grundzüge einer Sekte. Die Leute entfernen sich, sie sind in Parallelwelten, sie sind für rationale Argumente überhaupt nicht mehr empfänglich. Gerade durch die Algorithmen in den sozialen Medien. Man kriegt immer das angezeigt, was noch eine Spur heftiger ist, was reinpasst. Und genauso ist es auch dann, man ist in gewissen Gruppen, in Milieus, in Telegram-Gruppen und kriegt dann noch mehr Sachen angezeigt. Und dann kommt der Erste, der sagt, so kann das ja nicht weitergehen, wir müssen was tun. Dann geht man vielleicht auf die Straße, dann merkt man, wir sind hier so wenige, das bewirkt auch nichts. Und dann lernt man einen kennen, der sagt, ich war bei der Bundeswehr und ich komme an Waffen dran und schon entsteht die Terrorzelle. Das klingt jetzt alles sehr einfach, aber genauso funktioniert es. Die Reichsbürger erkennen weder politische Repräsentanten noch die Polizei an. Das macht die Verfassungsfeinde so gefährlich. Mit dem Schlag heute hat sich der Staat wehrhaft gezeigt. Der Rechtsstaat ist stark. Wir wissen uns mit aller Härte gegen Verfassungsfeinde der Demokratie zu wehren. Ich danke allen, gut 3000 Polizeibeamtinnen und Beamten von Bund und Länder für den großartigen Einsatz heute, vor allen Dingen unter sehr gefährlichen Bedingungen. Oliver Gottwald betont, gegen die Verfassungsfeinde muss aber nicht nur die Justiz was tun. Man muss wachsam bleiben. Und das gilt nicht nur für den Staat, sondern das gilt in erster Linie auch für die Zivilgesellschaft. Auch wir müssen wachsam sein. Also wenn ich mitkriege in meinem Umfeld, dass sich Leute radikalisieren, dann muss ich auch da ein Auge drauf haben. Jetzt werden die Funde aus der Großrazzia untersucht und bewertet. Heinrich der 13., Prinz Reus ist schon in Untersuchungshaft. Vielen Dank.